wir sind wieder da beim let's play die aber zwar mit was haben wir noch nicht in der Stadt mit dabei nicht von Simon der weiß geschöpferte da Prozent der wo sie nicht bewegt und blöd im Rennstedt und so wir haben letztes aufgeteert kurz vor der einen Korn wenn man halt ein bisschen was noch holen nicht in der Stadt am Openweight eben im Rettungsverteid im Oberkur ich komme nach Oberkur du hast was macht man da auch wirklich das ist juhu das geht halt in die drei Ors noch mehr ja bei Glam dafür gehen wir uns direkt zum Spuler teleportieren höpa willst du den Tempel abkramen oder können wir machen zwecks Quests also mit drei gespült du stehst du fast ja ha ich sehe zum Beispiel drei gespült ich bin schon mal ein Mönch gebohnt hm ja sicher was was leck mich doch echt jetzt du kommst rein fünf und die scheiß Karabäen um dich echt das ist ein Scheiß so ein Bullshit jetzt reicht's doch langsam wer hat denn ich hab ja wohl das ist meistens bei dieser aber das klappt ich noch mal dumm sein ja 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 also nix da haben wir mal nix gefunden hm ein Tor ein weißer super und vielleicht noch was aber noch mal sie sind da mit da oder ja oh Gott da ist ja da ist ja der Boss wird scheiß Mann verbreinert super ich kann das Mann hat ich kann das du das 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 der Ich hab' halt noch geschaut, irgendwie kriegst du das Black and White Arns doch nirgends mehr her. Ich denke mal, ja. Mir doch wurscht nix rein mit über andere Spiele. Ist mir wurscht. Schau drum. Äh. Da ist einer. Was ist? Da ist einer. Das sind die Klasse. Du, hau mich da nicht aufs Mal. Also nicht du, sondern der andere da. Ich hab' irgendwie so gefühlt, dass wir doch filmten. Ja, echt. Irgendwie nicht. Schunden. Ja. Oh, Schau, da ist was für die. Ja, weg mit den Schwinnlnfächer. Und noch mehr. Ja, ja, genau. Hier seid ihr, hier seid ihr. Ja. Also irgendwie hab' ich mir Spinnenmagier anders vorgestellt. Sicher. Naja, wenn ich so ein Magier oder Spinnenmagier... Naja. Von Dämonen. Ist alles mehr krachsatt. Ja. Ja. Du leuchtest so grün. Du irgendwie auch. Scheiße. Bist du so schön der Farbgrün, oder? Bei dir schon. Die können dich fast mit so einer Nasgeier verwechseln. Danke. Nett von dir. Jetzt triff' dich scheiß für dich, Leute. Ich weiß nicht. Langsam kann das Giftdinger wieder aufhören. Haha. Aber es macht wenigstens nicht so viel Schauen. Ah, mit dem auch. Okay, weißt du was, ich gehe nach Driving Car. Hm? Ich gehe nach Driving Car. Was? Ich gehe mal noch. Coolast. Also, was sah? Dann bei ein paar Let's Plays, Kommentare. Ankloppschen. Äh. Jetzt g'se ich grad nicht wo ich hingehaut, also wundert sich nicht. Da wo bin ich da umgekehrt. Ich schaute mich grad nur das. Bauer ist nicht da. Ich schaute mich grad nur das. Ich schaute mich grad nur das. Ich schaute mich grad nur das. Du, Führer. Schade denn auch. Wo hast du gesagt, gehst du mich? Michal und so weiter. So. Ja, dann warte, ich mach dir ein Portal auf. Ja. Driving Car. Uh, kalter Dumping. Wunderbar. Scheiße. Einmal Linkskurve. Einmal Rechtskurve. Einmal Einfrieren. Und die wieder eine normalen Rubin. Was ist denn das? Und, statt wo da steht. Dankeschön. Die Sekretärölfte haben wir auslassen. Passt, was sie in der Zeit jetzt genau gefarmt haben? Ein Halt dran. Und noch hin? Nein. Ist hier was? Nicht gerade viel. Okay. Und... Nicht hier! Nicht hier. Hast du da zaubern im Dorf? Nein, ich will noch einmal um mich hauen gegen die Luft. Mehr will ich auch gar nicht. Nicht in der Stadt. Nicht hier! Nicht hier! Was haben wir da überhaupt noch? Ich bin überhaupt für Label. 22. Nicht in der Stadt! Aber wo willst du denn überhaupt noch ein paar Mephisto machen? Hardcore Variante oder einfache? Wolltest du ihn durchlocken für bessere Gegenstände? Du gehen kennt man's. Verlieren... Zu verlieren hätte mir nichts außer Leben. Mit Gold. Mit meiner Tränke und Halttränke. Aber sonst hätte mir theoretisch nichts zu verlieren. Ja, wo bist du jetzt da? Verabinkar. Schaut euch schon wieder ein Vogel, der was nicht fliegt. Und, willst du dich gesandt? Teampeak wird eingeschossen. Also du kennst die Team net. Ich kann's mal forschen, was du meinst. Das ist halt die coole Verstärkungszeit für kurze Zeit einmal. Ja, schaut's wer da ist. Ja. Schaut's, was da schon war. Eigentlich haben wir da gar keinen Shot bekommen. Nur treffen wir da auch nicht gerade was. Jetzt riechst du mein Zweihandschwert. Das machen wir schon. Genau. Schaal, oder auch? Andere Beine wieder mal schaun. Nein, ich mach mein Zweihandschwert und geschaut. Ich weiß, dass ich in der Deck wird mich wieder mal verliebt. Ja, mir auch. Ach so. Also ich nicht, mir auch. Ich bin nicht schaun. Ich seh nicht noch ohne. Juhu, seid's Juhu. Juhu, hat's hier doch mal. Ja, super, jetzt ist mein Haviksturm. Nein. Nein, ich kann wirklich nicht mehr. Oh, wo? Es ist noch gegangen. Das war mir irgendwie bildlich leicht. Da passiert noch was. Oh mein Gott, Mephisto. Fünf Rollen der Identifikation. Nein, sechse. Rayman ist ja der nächste Gegner. Du hast Lördaufschüler für schwule Aura und um. Ich? Ja, du. Das erhöht meine Konzentration. Ich muss mich konzentrieren beim Aufnehmen von Let's Plays. Genau. Ja. Jetzt war's noch besser. Ich muss... Ich will nicht mit dir haben. Wir haben irgendwie viel Kohle gerade gemacht. Ich hab gerade erst einmal Sachen verkauft. Was hast du denn? Gleiter Stickel. Ah, das geht ja. Ich konstruiere Carlems Wille. So. Und der Scheiß ist über Stärke wie meine Sachen. Naja. Naja. So. Pfff. Ich hol... Bleiben eigentlich die Fähigkeiten immer gleich oder... Ja. Verändern sie dich mit der Akt? Oh, du bleibst ja ziemlich gleich. So. Ich hol dir mal mein Carlems Wille. Du musst die Star-Dome zerstören. NICHT in der Star-Dome. Du kannst mit dem Scheiß eh nix anfangen. NICHT. Also, hau drauf. Ausrüsten. Jetzt sind mir auch Geschwerem auf der Demo. Sesammnnn. Speedra- Speedra... ähh Reiner da? Er wackelt, ich hol mir nur schnell meinen Kalims Wille. Ich hoffe, das haben sie nicht gefixt. Unmöglich! NEIN! Unmöglich! Der Scheiß liegt so da, wie ich kann es nicht nehmen. Oh. Bullshit! Naja. Wieder in der Möglichkeit weniger, dass ich mir irgendwie zu besseren Gegenständen verhilfe. Hm. Das hat nie funktioniert. Naja, für ihn ja schon mal. Wir hemsen alle her. Die Grausgeschreckerten. Was ist denn so? Schau was. Äh. Ich. Drohne. Und. Wölbe Handschuhe. Und der Ring. Gelieb. Champignons! Ich bin verwirrt. Im Groglaisen-Statz. Im Groglaisen-Statz. Im Groglaisen-Statz. Guter Heiltrank. Geiler Heiltrank. Heihihi. 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 Wirst du nicht im Streets oder was? Heihihi. 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 Also was ihr möchtet oder irgendwas gescheites drin ist! Kulst. Klössl. Heihihi. Heihihi. Klaasch, ich bin gleich. Ich glaube du wirst das gescheites nennen. Ja. Ein gescheites Schlüssel. Ein gescheites Schlüssel. Na. Ich bin ja, wobei wir ein Schlüssel des Haases wären. Da wird's weiter. Da wird's weiter. Jetzt musst du rechts kaufen. Kaut weiter. Ja, Alter. Alter. Was willst du denn auf? Das sind auch schon viele Viecher. Bei mir waren noch keine da. Super. Du kriegst denn die ganzen Viecher her? Ja, ein paar Mal echt. Machen wir da auch. Es ist offen. Ich meine, ein paar Tage, ein Zahnfieger. Ich bin nicht einmal ein Fick. Ah, Fieger hat Stammernau. Gut, drei Tiere. Oh, was hat der Fieger? Was? Ja, Mann. Was? Nee, das habe ich hier angefangen. So, in dem Scheiß Raubrennen. Bring. Alles meins. Kriege nur den Scheiß, was du nicht braucht hast. Hm. Oh, nur zu schlecht. Was können wir wieder nachdenken. Diablo K. Kein Mann. Ihr Befeierwiderstand von 64. Hm. Bis unten von Diablo. Zack, dort. Wahrscheinlich, ey. Wettlafen. Hm. Wettkopp. Ja, wo seid ihr denn? Ja, wo seid ihr denn, liebe Viecher? Oh, Sackermint. Sackermint. Oh. Geht's weg. Geht's weg. Geht's weg. Oh. Geht's gehört euch. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. 100.000 Viecher wahrscheinlich. Folgt mir. Ähm. Hatte ich. Die Clown-Schulder. Ja, da schießt. Da schießt Navar um mich. Schießt mit Navar. Wettkling die Warnstuhl. Ja. Die ganze Viecher. Ja, wohl. Da sind sie. Wir mochten es. Aua. Ja, ist ein Schlammungsdiff. Ja, Feuerwehrwiderstand. Nein. Oh Gott, die kleinen Scheiter, wie ich siehst. Da blieb scheiter. Nein, mein Feuerwehrwiderstand nicht frei. Frei? Null. Die brauchte Diablo nur ein bisschen aufgrenzen. Du bist ja eh. Ja, vorher schau schon da unten. Leck du was. Ja, ich muss mal die Heimatstadt beziehen. Ja, was haben wir da? Ein Kreis des Feuers. Was? Oh, so Explosionsschreien. So. So, da geht's schon wieder mal nicht weiter, wenn es nicht funktioniert. Uh. Ah. Du bist weiter. 15.000 15.000 Guld Gegenstand. Für meinen Teleport geht's weiter. ZWA! Ja, 15.000 Guld Gegenstand. Scheiß Ring. Willst'n Ring mit 10% schneller Zauberraten? Na, mal schauen an den Käsen. FACK! Bull. Was? Was? Wenn du den Scheißbruch endest. Äh. Hm. Ganz Sauber. Wa- ZWA! Ha- Wig! So! Is this it's gonna be? Das ist bei mir gar nicht so verkehrt. Ja.